Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge TTT mit mir, Pleggestalt, Kim, iTouch und GameDaddy. Ich bin im Bandschrank. Hast du das gerade aufgemacht? Was? Was hat er aufgemacht? Ich war hier noch nie. Der Markus, der will mich einfach abschießen. Ich will ja nicht sagen, dass iTouch... Ich habe es nicht aufgemacht. Was ist das passiert? Ups. Sind alle tot jetzt. Da ist jetzt echt unglücklich gelaufen für Kim und Go. Peng, peng, piu, piu. Holy Crap, sage ich nur. Was hatte er denn? Ach, guck an, eine viel bessere Waffe. Praktisch. Hä. Hm. Er ist hier im Zwischengang. Warte mal, da haben wir doch bestimmt irgendwas schönes. Ach, Manno, ich wollte gerade eine Holy reinschmeißen. Ja, Kim, hast nicht mit gerechnet, ne? Ey. Holy Crap, mit was hast du dir abgeknallt, ey? Mit einer Sniper. Ja, er dreht sich um. Ich sehe nur, wie einer erschossen wird. Also so aus dem Augenblick. Okay, ich denke so, hey, what the fuck. Und plötzlich haut er mir einfach einer rein. Zwei One-Klicks. Alter, der Patrick heute, ne? Ja, ja, ja. Ja, der dreht durch. Ja, blindes Huhn findet auch mal einen Korn, ne? Ja, süße Sekolat. Oh, ich... Ach nein, ich geh wieder raus. Ja, toll, ich komm nicht... Der Tisch ist leergeräumt. Oh, toll. Ist da jemand da drin? Keine Ahnung. Also ich hab die Institution nicht geschmissen. Nein. Nein, kein Tranny. Oh, aber die, ne? Oh, hallo, Frey. Hey, wer hat denn hier die Falle schon aktiviert, man? Welcher Vollhonk. Frey hat auf mich geschossen. Falle ist aktiviert. Ist Frey tot? Wie, alles aktiviert? Wollen, bist du Traitor? Nein. Nein. Hör mal mit auf diese scheiß Scheibe zu schießen, Altach. Nein. Frey hat auf mich geschossen. Frey hat auf mich geschossen. Alles aktiviert. Ist Frey tot? Hä? Was? Okay. Altach. Was kommt denn da hinten einer aus dem Rauch angekrochen? Ja, das bin ich. Markus, du bist ein bisschen kaputt. Wer schießt? Ich versuche die ganze Zeit die Scheibe hier kaputt zu schießen. Das geht ja auch irgendwann. Kim, bist du noch da? Ja, 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 alles gut, alles gut. Hä, ist hier alles zu mir? Ey, jetzt muss ja eigentlich dann Kim sein, oder? Warum? Ihhh, Freiheit! Loll? Was, Loll? Raus hier? Holy crap, ähm. Ey, wie ihr mich gleich wegmachen wollt, ne? Das war richtig frech. Soll ich? Achso. Er wollte dich wegmachen. Wer hat hier geschrotzt? Markus? Ich war das, ja. Sag doch sowas. Ja, was ist der? Ja. Na, weißt ja, ne? Äh, ja, ja, ja. Hä? Hallo, Eitatsch. Das hieß es ja gerade. Ui! Also, ich weiß nicht. Einerseits traue ich Eitatsch, weil er die ganze Zeit mit mir in einem Raum war und normalerweise eskalieren würde. Andererseits traue ich ihm irgendwie nicht, weil es ist Eitatsch und er war in einem Raum mit mir eingesperrt und er hatte wahrscheinlich Angst. Der Patrick. Dem einzigen, dem ich eigentlich traue, ist der Markus. Ja, danke. Ich bin, ich bin Solo. Ähm. Er ist Solo. Hahaha. Solo. I'm alone. Ah. Ich versteck mich hier. Wer benutzt denn hier gerade seine Crowbar? Hey, Ferdinand ist tot. Wer linksklick? What? Was? Linksklick? Ich versteck mich. Ich hab zu wenig KB, um irgendwo herumzulaufen. Na, gute Idee. Versteck dich lieber, dass du der Einzige bist, der dann auch am Ende lebt und dann alles für den Arsch ist. Ja. Was dich gut versteckt. Hab dich schon gefunden. Hahaha. Jetzt findest du mich nicht mehr. Hahaha. Hey, wer ist da eingesperrt? Hallo. 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 Au. Was? Ist nicht gut gesichert? Keine Ahnung. Ich hab grad scha... Oh. Oh. E-touches tot. Oh. 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 Oh nein. Ich hau ihm Zwei Kugeln im Kopf Ich haue ihm Zwei Kugeln im Kopf. Ich haue ihm Zwei Kugeln im Kopf. Über Vertrauen und Nichts Vertrauen. Fuck! Da war ich gerade gestorben. Blöd. Ich hau ihm Zwei Kugeln im Kopf. Und er stirbt mich. Sicht man ihm或者 Mönchelle, soprattutto bist du Bumblebee, oder? Kim hat mir eine Melone ins Gesicht gehauen. Okay. Und er haue noch seine Melone. Ja, das war unlucky, oder? Ja, aber kacke. Alter, das war ja so... Warum hab ich denn diese Waffe? Tim? Lass das. Verpiss dich. Hey, Kim! Konkrette Eskalation. Alles klar! Alter! Wer war denn noch Traitor? Ich? Und Kim reint raus und schießt einfach auf mich. Alter, so gut, dass sie besser unter aller Zeiten... Nein! Komm hier, zack. Komm! Ich werf die ganze Zeit die Granaten und ich hab nur Schaden bisher dadurch bekommen. Ich bin immer gestorben. Dann lass es! Du solltest wohl aufhören. Alter, ich war so eingesperrt, ich wusste einfach was machen. Ja, das stimmt. Alter, ich brauch ne Schrotze! Komm schon wieder! Hallo, Kim! Immer das gleiche Lied! Kim? 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 Kim! 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 Ich bin hier raus! Ich bin hier raus! Ich bin hier raus! Ich bin hier weg! Ja, ich auch! Ich bin hier raus! Hast du da noch eine Granata hingeworfen? Ja klar! Wer ist jetzt als tot? Oh man! Ich bin fast tot! Kim! Kim! Lebst du noch? Ja, ich lebe noch! Ich bin rein und danach ist wer wär mit Bag! Aber die nicht mehr? Oh! Oh, hombre! Ach, war das... Oh! olabilir. Ich guck so um mich rum, nichts, plötzlich Zug. Ich guck, ich shop da nebendran und du da plötzlich, naja, liebe Leute, das war's für heute, ich hoffe es hat Spaß gemacht, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oben, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ein Abo würde mich sehr freuen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und may the fun be with you. Bis zum nächsten Mal.